Zweites Kapitel Der Zylinderhut Das Einzige, was wir brauchen, um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit, uns zu wundern. Sophie ging davon aus, dass der Schreiber der anonymen Briefe sich wieder melden würde. Sie beschloss, vorerst niemandem von diesen Briefen zu erzählen. In der Schule fiel es ihr schwer, sich auf das zu konzentrieren, was der Lehrer sagte. Sophie fand plötzlich, er rede nur von unwichtigen Dingen. Warum sprach er nicht lieber darüber, was ein Mensch ist, oder was die Welt ist und wie sie entstehen konnte? Sie hatte ein Gefühl, das sie noch nie gehabt hatte. In der Schule und auch sonst überall beschäftigten die Leute sich mit mehr oder minder zufälligen Dingen. Aber es gab doch große und schwierige Fragen, deren Beantwortung wichtiger war als die üblichen Schulfächer. Hatte irgendwer Antworten auf solche Fragen? Sophie fand es jedenfalls wichtiger, darüber nachzudenken, als starke Werben zu büffeln. Als es nach der letzten Stunde schellte, lief sie so schnell vom Schulhof, dass Jörgen rennen musste, um sie einzuholen. Nach einer Weile fragte Jörgen, wollen wir heute Abend Karten spielen? Sophie zuckte mit den Schultern. Ich glaube, ich interessiere mich nicht mehr so sehr für Kartenspiele. Jörgen sah aus, wie aus allen Wolken gefallen. Nicht? Sollen wir dann lieber Federball spielen? Sophie starrte den Asphalt an und dann ihre Freundin. Ich glaube, Federball interessiert mich auch nicht mehr so sehr. Na gut. Sophie hörte in Jörgens Stimme einen Hauch von Bitterkeit. Du kannst mir aber vielleicht erzählen, was plötzlich so viel wichtiger geworden ist. Sophie schüttelte den Kopf. Das ist ein Geheimnis. Päh, du bist bestimmt verliebt. Die beiden gingen lange zusammen weiter, ohne etwas zu sagen. Als sie den Fußballplatz erreicht hatten, sagte Jörgen, ich gehe über den Platz. Über den Platz. Das war der schnellste Weg zu Jörgen. Aber sie ging ihn nur, wenn sie dringend nach Hause musste, weil Besuch kam oder weil sie einen Zahnarzttermin hatte. Sophie merkte, dass es ihr Leid tat, Jörgen verletzt zu haben. Aber was hätte sie antworten sollen? Dass es sie plötzlich so sehr beschäftigte, wer sie war und woher die Welt stammte, dass sie keine Zeit zum Federballspielen hatte? Ob ihre Freundin das verstanden hätte? Warum war es bloß so schwer, sich mit der allerwichtigsten und irgendwie auch aller natürlichsten Frage zu befassen? Sie spürte ihr Herz schneller schlagen, als sie den Briefkasten öffnete. Auf den ersten Blick sah sie nur Kontoauszüge und einige große gelbe Briefumschläge für ihre Mutter. Doof. Sophie hatte sich so sehr auf einen neuen Brief des unbekannten Absenders gehofft. Hatte so sehr. Als sie hinter sich das Torschloss, entdeckte sie auf einem der großen Umschläge ihren eigenen Namen. Auf der Rückseite, wo der Umschlag zugeklebt war, stand »Philosophiekurs muss mit großer Vorsicht behandelt werden«. Sophie lief über den Kiesweg und stellte ihre Schultasche auf die Treppe. Sie schrubb die übrigen Briefe unter die Fußmatte, rannte in den Garten hinter das Haus und suchte Zuflucht in der Höhle. Der große Brief musste dort geöffnet werden. Scherekan kam ihr nachgerannt, aber dagegen konnte sie nichts machen. Sophie war sich aber sicher, dass die Katze nichts ausplaudern würde. Im Umschlag steckten drei große, mit Maschine beschriebene Bögen, die mit einer Büroklammer zusammengeheftet waren. Sophie fing an zu lesen. Was ist Philosophie? Liebe Sophie, viele Menschen haben unterschiedliche Hobbys. Manche sammeln alte Münzen oder Briefmarken, andere handarbeiten gern. Noch andere widmen fast all ihre Freizeit einer bestimmten Sportart. Viele lesen auch gern, aber was wir lesen, ist sehr unterschiedlich. Einige lesen nur Zeitungen oder Comics, andere mögen Romane, noch andere ziehen Bücher über verschiedene Themen wie Astronomie, Tierleben oder technische Erfindungen vor. Wenn ich mich für Pferde oder Edelsteine interessiere, kann ich nicht verlangen, dass alle anderen diese Interessen teilen. Wenn ich wie gebannt vor allen Sportsendungen im Fernsehen sitze, muss ich mich damit abfinden können, dass andere Sport öde finden. Gibt es trotzdem etwas, das alle interessieren sollte? Gibt es etwas, das alle Menschen angeht, egal wer sie sind oder wo auf der Welt sie wohnen? Ja, liebe Sophie, es gibt Fragen, die alle Menschen beschäftigen sollten. Und um solche Fragen geht es in diesem Kurs. Was ist das Wichtigste im Leben? Wenn wir jemanden in einem Land mit Hungersnot fragen, dann lautet die Antwort Essen. Wenn wir dieselbe Frage an einen Frierenden stellen, dann ist die Antwort Wärme. Und wenn wir einen Menschen fragen, der sich einsam und allein fühlt, dann lautet die Antwort sicher Gemeinschaft mit anderen Menschen. Aber wenn alle diese Bedürfnisse befriedigt sind, gibt es dann immer noch etwas, das alle Menschen brauchen? Die Philosophen meinen ja. Sie meinen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Alle Menschen müssen natürlich essen. Alle brauchen auch Liebe und Fürsorge. Aber es gibt noch etwas, das alle Menschen brauchen. Wir haben das Bedürfnis, herauszufinden, wer wir sind und warum wir leben. Sich dafür zu interessieren, warum wir leben, ist also kein ebenso zufälliges Interesse, wie das an Briefmarkensammeln. Wer sich für solche Fragen interessiert, beschäftigt sich mit etwas, das die Menschen schon fast so lange diskutieren, wie wir auf diesem Planeten leben. Wie Weltraum, Erdball und das Leben hier entstanden sind, ist eine größere und wichtigere Frage als die, wer bei den letzten Olympischen Spielen die meisten Goldmedaillen gewonnen hat. Die beste Herangehensweise an die Philosophie ist es, philosophische Fragen zu stellen. Wie wurde die Welt erschaffen? Im Grunde können wir gar nicht so viele verschiedene philosophische Fragen stellen. Wir haben bereits einige der wichtigsten gestellt. Aber die Geschichte zeigt uns viele unterschiedliche Antworten auf jede einzelne Frage, die wir gestellt haben. Es ist also leichter, philosophische Fragen zu stellen, als sie zu beantworten. Auch heute muss jeder einzelne seine Antworten auf diese Fragen finden. Wir können nicht im Lexikon nachschlagen, ob es einen Gott oder ein Leben nach dem Tod gibt. Das Lexikon sagt uns auch nicht, wie wir leben sollen. Lesen, was andere Menschen gedacht haben, kann aber trotzdem eine Hilfe sein, wenn wir uns unser eigenes Bild vom Leben und der Welt machen müssen. Die Jagd der Philosophen nach der Wahrheit lässt sich vielleicht mit einer Kriminalgeschichte vergleichen. Manche halten Andersen für den Mörder, andere Nielsen oder Jebsen. Einen wirklichen Kriminalfall kann die Polizei vielleicht plötzlich eines Tages klären. Es ist natürlich auch denkbar, dass sie das Rätsel nie lösen kann. Trotzdem hat das Rätsel eine Lösung. Auch wenn es schwer ist, eine Frage zu beantworten, ist es also vorstellbar, dass die Frage eine und nur eine richtige Antwort hat. Entweder gibt es ein Dasein nach dem Tod oder nicht. Viele alte Rätsel sind inzwischen von der Wissenschaft gelöst worden. Einst war es ein großes Rätsel, wie wohl die Rückseite des Mondes aussieht. Man konnte die Lösung nicht durch Diskussion ermitteln. Hier war die Antwort der Fantasie jedes Einzelnen überlassen. Aber heute wissen wir genau, wie die Rückseite des Mondes aussieht. Wir können nicht länger glauben, dass im Mond ein Mann wohnt oder dass der Mond aus Käse besteht. Einer der alten griechischen Philosophen, die vor über 2000 Jahren gelebt haben, glaubte, dass die Philosophie durch die Verwunderung der Menschen entstanden sei. Der Mensch findet es so seltsam zu leben, dass die philosophischen Fragen ganz von selber entstehen, meinte er. Das ist so, als wenn wir bei einem Zaubertrick zusehen. Wir können nicht begreifen, wie das, was wir sehen, möglich ist. Und dann fragen wir danach. Wie konnte der Zauberkunster zwei weiße Seidenschals in ein lebendiges Kaninchen verwandeln? Vielen Menschen kommt die Welt genauso unfassbar vor, wie das Kaninchen, das ein Zauberkünstler plötzlich aus einem eben noch leeren Zylinderhut zieht. Was das Kaninchen betrifft, so ist uns klar, dass der Zauberkünstler uns einer Nase herumgeführt hat. Wenn wir über die Welt reden, liegen die Dinge etwas anders. Wir wissen, dass die Welt nicht Lug und Trug ist, denn wir laufen auf der Erde herum und sind ein Teil der Welt. Kommentar? Also nicht, dass ich das glaube, aber rein theoretisch ist es philosophisch auch vorstellbar, dass die ganze Welt Lug und Trug ist. Also nicht, dass die Menschen alle lügen und betrügen. Das machen zwar auch zu viele Menschen, aber dass die ganze Welt nur eine Fantasievorstellung sein könnte. Ist ziemlich absurd, aber wissen, dass die Welt nicht Lug und Trug ist, dem würde ich nicht zustimmen. Weiter im Text. Im Grunde sind wir das weiße Kaninchen, das aus dem Zylinder gezogen wird. Der Unterschied zwischen uns und dem weißen Kaninchen ist nur, dass das Kaninchen nicht weiß, dass es an einem Zaubertrick mitwirkt. Mit uns ist das anders. Wir glauben, an etwas Rätselhaftem beteiligt zu sein und würden gerne klarstellen, wie alles zusammenhängt. PS. Was das weiße Kaninchen betrifft, so ist es vielleicht besser, es mit dem gesamten Universum zu vergleichen. Wir, die wir hier wohnen, sind das wimmelnde Gewürm tief unten im Kaninchenfell. Aber die Philosophen versuchen, an den dünnen Haaren nach oben zu klettern, um dem großen Zauberkünstler voll in die Augen blicken zu können. Bist du noch da, Sophie? Fortsetzung folgt. Nochmal ein kurzer Kommentar von mir. Also wenn er an einen großen Zauberkünstler glaubt, der das Kaninchen aus dem Hut gezogen hat, dann glaubt der Jostan Garda, der dieses Buch geschrieben hat, offensichtlich an Gott. Mal sehen, ob sich das noch weiter so bewahrheitet oder wie er die Philosophen darstellt, ob er da immer wieder über Gott spricht oder nicht. Weiter im Text. Jetzt wieder mit Sophie. Sophie war ganz schwach. Ob sie noch da war? Sie wusste nicht einmal, ob sie beim Lesen überhaupt Atem geholt hatte. Wer hatte den Brief gebracht? Wer? Wer? Es konnte unmöglich dasselbe sein, der Nora Möller-Knark die Geburtstagskarte geschickt hatte, denn die hatte Briefmarke und Stempel gehabt. Der gelbe Briefumschlag aber war gleich in den Briefkasten gelegt worden, genau wie vorher die beiden Reisen. Sophie sah auf die Uhr. Es war erst viertel vor drei. Erst in zwei Stunden würde ihre Mutter von der Arbeit kommen. Sophie lief wieder in den Garten und zum Briefkasten. Ob da wohl noch mehr liegen konnte? Sie fand einen weiteren gelben Briefumschlag, auf dem ihr Name stand. Sie sah sich um, konnte aber niemanden entdecken. Sophie rannte zum Waldrand und hielt auf dem Weg Ausschau, aber auch dort fand sie keine Menschenseele. Plötzlich glaubte sie, tiefer im Wald Zweige knacken zu hören. Sie war sich aber nicht ganz sicher, und es hätte ja doch keinen Zweck gehabt, loszustürmen. Wenn irgendwer versuchte, vor ihr wegzulaufen, würde sie ihn kaum einholen. Sophie schloss die Haustür auf und legte ihre Schultasche und die Post für ihre Mutter auf den Boden. Sie lief auf ihr Zimmer, nahm sich die große Kuchendose mit den vielen schönen Steinen, kippte die Steine auf den Boden und legte die beiden großen Umschläge in die Dose. Dann lief sie mit der Dose im Arm wieder in den Garten. Vorher stellte sie Scherekan noch Futter hin. Mietz, Mietz, Mietz. Als sie wieder in der Höhle saß, öffnete sie den Briefenschlag und zog mehrere mit Maschine beschriebene Bögen heraus. Sie fing an zu lesen. Da wären wir wieder. Du hast sicher schon begriffen, dass dieser kleine Philosophiekurs in passenden Portionen kommt. Hier ein paar weitere einleitende Bemerkungen. Habe ich schon gesagt, dass die Fähigkeit, uns zu wundern, das Einzige ist, was wir brauchen, um gute Philosophen zu werden? Wenn nicht, dann sage ich das jetzt. Die Fähigkeit, uns zu wundern, ist das Einzige, was wir brauchen, um gute Philosophen zu werden. Alle kleinen Kinder haben diese Fähigkeit. Das ist ja wohl klar. Nach wenigen Monaten werden sie in eine nagelneue Wirklichkeit geschubst. Aber wenn sie dann heranwachsen, scheint diese Fähigkeit abzunehmen. Woher kann das kommen? Kann Sophie Amundsen diese Frage beantworten? Also, wenn ein kleines Baby reden könnte, würde es sicher erzählen, in was für eine seltsame Welt es gekommen ist. Denn obwohl das Kind nicht sprechen kann, sehen wir, wie es um sich zeigt und neugierig die Gegenstände im Zimmer anfasst. Wenn die ersten Wörter kommen, bleibt das Kind jedes Mal stehen, wenn es einen Hund sieht und ruft Wau, 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 Wau. Wir sehen es, wir sehen, wie es in der Kinderkarre auf- und abhüpft und mit den Armen herumfuchtelt. Wau, 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 Wau. Wir, die schon ein paar Jahre hinter uns haben, fühlen uns von der Begeisterung des Kindes vielleicht ein wenig überfordert. Ja, ja, das ist ein Wau, 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 Wau. Sagen wir, welterfahren. Aber setz dich jetzt schön wieder hin. Wir sind nicht so begeistert. Wir haben schon früher Hunde gesehen. Vielleicht wiederholt sich diese wüste Szene einige hundert Male, bis das Kind an einem Hund vorbeikommen kann, ohne außer sich zu geraten. Oder an einem Elefanten oder einem Niedelpferd. Aber lange bevor das Kind richtig sprechen lernt oder lange bevor es philosophisch denken lernt, ist die Welt ihm zur Gewohnheit geworden. Schade, wenn du mich fragst. Es geht mir darum, dass du nicht zu denen gehörst, die die Welt für selbstverständlich halten, liebe Sophie. Sicherheitshalber werden wir deshalb zwei gedankliche Experimente machen, ehe wir mit dem eigentlichen Philosophiekurs anfangen. Stell dir vor, du machst eine Waldwanderung. Plötzlich entdeckst du vor dir auf dem Weg ein kleines Raumschiff. Aus dem Raumschiff klettert ein kleiner Marsmensch und starrt zu dir hoch. Was würdest du dann denken? Naja, das ist im Grunde egal. Aber ist dir je aufgegangen, dass du selber so ein Marsmensch bist? Natürlich ist es nicht besonders wahrscheinlich, dass du je über ein Geschöpf von einem anderen Planeten stülperst. Wir wissen nicht einmal, ob es auf anderen Planeten Leben gibt. Aber es ist denkbar, dass du über dich selber stolperst. Es kann passieren, dass du eines schönen Tages stutzt und dich selber auf eine ganz neue Weise erlebst. Vielleicht passiert das ja gerade auf einer Waldwanderung. Ich bin ein seltsames Wesen, denkst du. Du scheinst aus einem jahrelangen Dornröschenschlaf zu erwachen. Wer bin ich? Du weißt, dass du auf einem Planeten im Universum herumkrabbelst. Aber was ist das Universum? Bist du noch da, Sophie? Wir machen noch ein gedankliches Experiment. Eines Morgens sitzen Mama, Papa und der kleine Thomas, der vielleicht zwei oder drei ist, in der Küche beim Frühstück. Plötzlich steht Mama auf und dreht sich zum Spülbecken um und dann, ja, dann schwebt Papa plötzlich unter der Decke. Was glaubst du, sagt Thomas dazu. Vielleicht zeigt er auf seinen Papa und sagt, Papa fliegt. Sicher wäre Thomas erstaunt. Aber das ist er ja sowieso. Papa macht so viele seltsame Dinge, dass ein kleiner Flug über den Frühstückstisch in seinen Augen keine große Rolle mehr spielt. Jeden Tag rasiert er sich mit einer winzigen Maschine. Manchmal klettert er aufs Dach und dreht an der Fernsehantenne herum. Oder er steckt den Kopf in den Automotor und kommt Rabenschwarz wieder zum Vorschein. Und dann kommt Mama an die Reihe. Sie hat gehört, was Thomas gesagt hat und dreht sich resolut um. Wie, glaubst du, wird sie auf den Anblick des freischwebenden Papas über dem Küchentisch reagieren? Ihr fällt sofort das Marmelade im Glas aus der Hand und sie heult vor Entsetzen auf. Vielleicht muss sie zum Arzt, nachdem Papa wieder auf seinem Stuhl sitzt. Er hätte schon längst bessere Tischmanieren lernen sollen. Warum reagieren Thomas und Mama so unterschiedlich? Was meinst du? Es ist eine Frage der Gewöhnung. Notiert er das. Mama hat gelernt, dass Menschen nicht fliegen können. Thomas nicht. Er ist noch immer unsicher, was auf dieser Welt möglich ist und was nicht. Aber was ist mit der Welt selber, Sophie? Meinst du, die ist möglich? Auch sie schwebt doch frei im Raum. Das Traurige ist, dass wir uns im Heranwachsen nicht nur an die Gesetze der Schwerkraft gewöhnen, wir gewöhnen uns gleichzeitig an die Welt selber. Anscheinend verlieren wir im Laufe unserer Kindheit die Fähigkeit, uns über die Welt zu wundern. Aber dadurch verlieren wir etwas Wesentliches. Etwas, das die Philosophen wieder zum Leben erwecken wollen. Denn irgendwo in uns sagt uns etwas, dass das Leben ein großes Rätsel ist. Das haben wir erlebt, lange bevor wir gelernt haben, es zu denken. Ich präzisiere. Obwohl die philosophischen Fragen alle Menschen angehen, werden nicht alle Menschen Philosophen. Aus unterschiedlichen Gründen werden die meisten vom Alltag dermaßen eingefangen, dass die Verwunderung über das Leben weit zurückgedrängt wird. Sie kriechen quasi tief ins Kaninchenfell, machen es sich dort gemütlich und bleiben für den Rest des Lebens da unten. Für Kinder ist die Welt und alles, was es darauf gibt, etwas Neues, etwas, das Erstaunen hervorruft. Alle Erwachsene sehen das nicht so. Die meisten Erwachsenen erleben die Welt als etwas ganz Normales. Und genau da bilden die Philosophen eine ehrenwerte Ausnahme. Ein Philosoph hat sich nie richtig an diese Welt gewöhnen können. Für einen Philosophen oder eine Philosophin ist die Welt noch immer unbegreiflich, ja sogar rätselhaft und geheimnisvoll. Philosophen und kleine Kinder haben also eine wichtige gemeinsame Eigenschaft. Du kannst sagen, dass ein Philosoph sein ganzes Leben lang so aufnahmefähig bleibt wie ein kleines Kind. Und jetzt musst du dich entscheiden, liebe Sophie. Bist du ein Kind, das sich an die Welt noch nicht gewöhnt hat? Oder bist du eine Philosophin, die beschwören kann, dass ihr das auch nie passieren wird? Wenn du einfach den Kopf schüttelst und dich weder als Kind noch als Philosophin fühlst, dann liegt das daran, dass du dich in der Welt so gut eingelebt hast, dass sie dich nicht mehr überrascht. In dem Fall ist Gefahr im Verzug. Und deshalb bekommst du diesen Philosophiekurs. Sicherheitshalber eben. Ich will nicht, dass gerade du zu den Trägen und Gleichgültigen gehörst. Ich will, dass du ein waches Leben lebst. Du bekommst den Kurs vollkommen gratis. Deshalb gibt es auch kein Geld zurück, wenn du ihn nicht mitmachst. Wenn du den Kurs irgendwann abbrechen möchtest, ist das kein Problem. Du brauchst mir nur eine Nachricht in den Briefkasten zu legen, sagen wir einen lebendigen Frosch. Es muss jedenfalls etwas Grünes sein. Wir wollen schließlich nicht den Postboten erstrecken. Kurze Zusammenfassung. Ein weißes Kaninchen wird aus einem leeren Zylinder gezogen. Weil es ein sehr großes Kaninchen ist, nimmt dieser Trick viele Milliarden von Jahren in Anspruch. An der Spitze der dünnen Haare werden alle Menschenkinder geboren. Deshalb können sie über die unmögliche Zauberkunst staunen. Aber wenn sie älter werden, kriechen sie immer tiefer in den Kaninchenpelz. Und da bleiben sie. Da unten ist es so gemütlich, dass sie nie mehr wagen, an den dünnen Haaren im Fell wieder nach oben zu glittern. Nur die Philosophen wagen sich auf die gefährliche Reise zu den äußersten Grenzen von Sprache und Dasein. Einige von ihnen gehen uns unterwegs verloren. Aber andere klammern sich an den Kaninchenhaaren fest und rufen den Menschen zu, die tief unten im weichen Fell sitzen und sich mit Speis und Trank den Bauch vollschlagen. Meine Damen und Herren, rufen sie, wir schweben im leeren Raum. Keiner der Menschen unten im Fell interessiert sich für das Geschrei der Philosophen. Himmel, was für Krachschläger, sagen sie. Und dann reden sie weiter bisher, wie bisher. Kannst du mir mal die Butter geben? Wie hoch stehen heute die Aktien? Was kosten die Tomaten? Hast du gehört, dass Lady Di wieder schwanger sein soll? Als Sophies Mutter später an diesem Nachmittag nach Hause kam, lag die Dose mit den Briefen des geheimnisvollen Philosophen sicher versteckt in der Höhle. Sophie hatte versucht, sich an die Hausaufgaben zu setzen, zerbrach sich aber doch nur den Kopf über das, was sie gelesen hatte. So viel, worüber sie nie zuvor nachgedacht hatte. Sie war kein Kind mehr, aber auch noch keine richtige Erwachsene. Sophie sah ein, dass sie schon angefangen hatte, tief in den dichten Pelz des Kaninchens zu kriechen, das aus dem schwarzen Zylinder des Universums gezogen wurde. Aber jetzt hatte der Philosoph sie zurückgehalten. Er, oder war es eine Sie, hatte sie fest am Nacken gepackt und sie wieder auf das Haar im Fell gezogen, auf dem sie als Kind gespielt hatte. Und dort draußen, auf der Spitze der dünnen Haare, hatte sie die Welt wieder gesehen, wie beim allerersten Mal. Der Philosoph hatte sie gerettet. Kommentar gerettet, finde ich jetzt gerade ein sehr großes Wort. Weiter im Text. Sophie zog ihre Mutter ins Wohnzimmer und drückte sie in einen Sessel. Mama, meinst du nicht, dass es seltsam ist, zu leben? fing sie an. Die Mutter war so verblüfft, dass ihr keine Antwort einfiel. Sonst saß Sophie immer über ihren Hausaufgaben, wenn sie nach Hause kam. Tja, sagte sie. Manchmal schon. Manchmal? Ich meine, findest du es nicht seltsam, dass es überhaupt eine Welt gibt? Aber Sophie, was redest du denn da? Ich frag dich was. Aber du findest die Welt wahrscheinlich ganz normal. Ja, das ist sie doch auch, meistens. Sophie begriff, dass der Philosoph recht hatte. Die Erwachsenen fanden die Welt selbstverständlich. Ein für alle Mal schliefen sie den Dornröschenschlaf des Alltagslebens. Pah, du hast dich nur so gut in der Welt eingelebt, dass sie dich nicht mehr überrascht, sagte sie. Entschuldige, aber ich verstehe kein Wort. Ich sage, du hast dich zu sehr an die Welt gewöhnt, total bescheuert mit anderen Worten. Also, so darfst du wirklich nicht mit mir reden, Sophie. Dann sage ich es eben anders. Du hast es dir unten im Fell eines Kaninchens, das gerade in diesem Augenblick aus dem schwarzen Zylinder des Universums gezogen wird, sehr gemütlich gemacht. Und jetzt wirst du bald die Kartoffeln aufsetzen, und dann liest du die Zeitung und nach einem Nickerchen von einer halben Stunde siehst du dir die Fernsehnachrichten an. Ein bekümmerter Ausdruck huschte über das Gesicht der Mutter. Sie ging wirklich in die Küche und setzte die Kartoffeln auf. Gleich darauf stand sie wieder im Wohnzimmer und nun drückte sie Sophie in einen Sessel. Ich muss mit dir reden, fing sie an. Sophie konnte ihre Stimme anhören, dass es um etwas Ernstes ging. Du hast doch wohl kein Rauschgift in die Finger bekommen, Kind? Sophie musste einfach lachen, aber sie begriff ja, warum diese Frage ausgerechnet jetzt gestellt wurde. Spinnst du? fragte sie. Davon wird man ja bloß noch öder. Mehr wurde an diesem Nachmittag über Rauschgift oder weiße Kaninchen nicht gesagt.